Hallo Leute, ich bin Siano257 und ganz schnell wollte ich nur sagen, jetzt als extra Ankündigung nochmal, ich bin in der Sommerpause, einfach aus dem Grund, das sind Sommerferien, ich werde über Sommerferien nichts hochladen. Falls, äh, auch Castlevania werde ich nicht hochladen, das wird dann auch erst sicherlich hochgeladen, wenn es wirklich komplett fertig ist oder wenn ich nichts zum Hochladen hab, momentan. Wenn ihr trotzdem was sehen wollt, könnt ihr auf Windows Guide TV vorbeischauen, dort wird gerade die ersten 8 Parts von Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories hochgeladen. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Zeit noch dazu kommen werden, mehr aufzunehmen. Mal schauen, das war's auch schon. Schönen, äh, schönen Sommer und so, äh, tschüss.